Ultra-Leicht-Module im Vergleich. Welches Balkonkraftwerk-Komplettset ist das beste? Hallo und herzlich willkommen zu Elektronikzeit. Das Angebot an neuen Balkonkraftwerk-Sets und Anbietern steigt immer weiter an. Auch Discounter, Supermärkte und Baumärkte bieten Balkonkraftwerke an. Man kann hier wirklich schnell den Überblick verlieren und im schlimmsten Fall entscheidet man sich für das falsche Set. Legt den Fokus nicht nur auf den Preis, sondern achtet auch auf die Details und den Lieferumfang. Oft fehlen Halterungen oder die Sets sind zusammengewürfelt, sodass Module und Wechselrichter nicht ideal zusammenpassen. Und nicht selten werden hier auch Module älterer Generationen verkauft. Bevor ihr euch ein Komplettset kauft, würde ich euch empfehlen das gesamte Video zu schauen, denn bekommt ihr einen groben Überblick und wisst nach 10 Minuten genau auf was man beim Kauf achten sollte. Dann starten wir doch direkt durch. Im heutigen Video zeige ich euch 5 Balkonkraftwerk-Komplettsets im Direktvergleich. Speziell geht es hier um ultraleichte Module, welche oft für Installationen in Höhen über 4 Meter verwendet werden. Diese sind oft etwas teurer als die Sets mit den üblichen Glasfolie-Modulen. Da sich die Preise gefühlt wöchentlich ändern, prüft am besten den aktuellen Preis. Ich verlinke euch mal die Komplettsets unten in der Videobeschreibung. Kommen wir nun zu den Sets. Was vergleichen wir heute? Wir starten den Vergleich mit dem Pre-Light Duo Set von Privat. 620 Watt Peak-Modulleistung und 600 Watt Einspeiseleistung für einen Preis von 969 Euro. Das zweite Set im Vergleich ist das Balkoni L-Pro von Zuni. Ebenfalls mit 620 Watt Peak-Modulleistung und 600 Watt Einspeiseleistung für 989 Euro. Das dritte Modul im Vergleich ist das My Ultraleicht Balkon-Kraftwerk 620 Watt von MyVoltaX mit den gleichen Leistungen von 620 Watt Peak und 600 Watt Einspeiseleistung für 874 Euro. Alpha Solar bietet auch ein Ultraleicht-Modul an und geht hier mit dem Alpha Flex Full Black Komplettset mit 750 Watt Peak-Modulleistung und 600 Watt Einspeiseleistung an den Start. Das Ganze erhält man für 699 Euro. Und zu guter Letzt das BKW 800-600Z von Green Solar mit 800 Watt Peak-Modulleistung und 600 Watt Einspeiseleistung für 855 Euro. Wenn man nun den Preis und die Modul- und Einspeiseleistung betrachtet, steht für viele von euch vielleicht schon ein Sieger fest. Doch schauen wir uns mal die Details an. Hier betrachte ich folgende Punkte. Zum einen die Solarmodule, Leistung, Wirkungsgrad und Garantie. Dann die mitgelieferten Wechselrichter. Hier auch die Leistung, Wirkungsgrad und Garantie. Die Kompatibilität zwischen Modul und Wechselrichter. Und am Ende noch den Lieferumfang und die Versandkosten. Ist hier wirklich alles enthalten, was man benötigt? Oder kommen da noch Kosten auf einen zu? Beginnen wir mit den Modulen. In den Sets von Privat, Zuni und MyVoltaX sind jeweils die gleichen Module enthalten. Es handelt sich hier um die Sunman SMF 310M Module. Ein Sunman Modul hat eine Leistung von 310 Watt Peak. Der Wirkungsgrad beträgt 17,4%. Was jetzt nicht sonderlich hoch ist, wenn man den Wirkungsgrad mit den Glasfolie- oder Glas-Glas Modulen vergleicht. Der große Vorteil ist das niedrige Gewicht von 5 Kilo. Auf die Module gibt der Hersteller eine Leistungsgarantie von 25 Jahren. Die Produktgarantie liegt bei 12 Jahren. Ein Modul ist hier in 60 Zellen aufgeteilt. Die Anzahl der Zellen ist unter anderem ein wichtiger Punkt für das Thema Schwachlichtverhalten oder Verschattungen. Zum Thema Schwachlichtverhalten habe ich schon ein separates Video erstellt. Schaut gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Kommen wir zum vierten Modul von Alpha Solar. Dem Sunport Power S-Flex 6.2. Hierbei handelt es sich um ein 375 Watt Peak Solarmodul mit einem Wirkungsgrad von 21,1%. Also wirklich gar nicht schlecht. Das Gewicht ist hier mit 5,7 Kilo im Vergleich zu den Sunman Solarmodulen etwas höher. Die Leistungsgarantie und die Produktgarantie liegen hier auch bei 25 und 12 Jahren. Die Anzahl der Zellen liegt hier sogar bei 126. Schauen wir mal, was Green Solar zu bieten hat. Green Solar verwendet hier bei den Komplettsets das eigene Solarmodul CS3. Im Set enthalten sind vier 200 Watt Peak Solarmodule. Der Wirkungsgrad beträgt hier 22,0%. Ein Solarmodul wiegt sage und schreibe 4 Kilo, also ist wirklich leicht. Die Leistungsgarantie beträgt 25 Jahre. Zu der Länge der Produktgarantie und der Anzahl der Zellen habe ich leider keine Informationen gefunden. Weder auf der Website noch im Datenblatt. Ich denke jetzt haben wir hier eine gute Übersicht über die Solarmodule. Schauen wir uns doch mal die Wechselrichter an. Das Komplettset von Privat enthält von T-Sun den TESOL MS600. Hierbei handelt es sich wirklich um einen Top-Wechselrichter. Mit einem Wirkungsgrad von 96,5%. Die Produktgarantie liegt bei 12 Jahren. Das Besondere an dem Wechselrichter ist, dass er upgradefähig ist. Das heißt, er ist aktuell noch gedrosselt aufgrund der Bagatellgrenze von 600 Watt Einspeiseleistung. Sollte sich das mal erhöhen auf 800 Watt, kann ganz einfach over the air ein Upgrader geführt werden. So dass der Wechselrichter 800 Watt einspeisen kann. Die 800 Watt Einspeiseleistung wäre aber bei diesem Komplettset etwas überdimensioniert. Da die Modulleistung bei insgesamt 620 Watt liegt, können nie 800 Watt erreicht werden. Also hier in diesem Fall wirklich etwas überdimensioniert. Eventuell kann man noch weitere Module anschließen, die müssten aber dazu gekauft werden. Kommen wir zum Zuni Balconi L Pro. Hier wird der Daye Sun 600 G3 Wechselrichter geliefert. Der Wirkungsgrad ist etwas niedriger mit 95%. Die Produktgarantie liegt hier bei 10 Jahren. Upgradefähig ist der Wechselrichter meines Wissens auch nicht. My Voltaics, Alpha Solar und Green Solar bieten bei ihren Sets den bekannten Heumiles HM600 an. Durch den Einsatz des HM600 in vielen Balkonkraftwerksets hat man den Vorteil, dass der Wechselrichter weit verbreitet ist. So findet man fast zu jedem Problem in irgendeinem Forum die Lösung. Der Wirkungsgrad liegt bei 96,5%. Die Produktgarantie liegt wie bei einem T-Sun auch bei 12 Jahren. Upgradefähig ist der Heumiles HM600 meines Wissens nicht. Bei den hier angebotenen Balkonkraftwerken macht es ohnehin keinen Sinn abzugraden. Außer vielleicht bei dem Green Solar mit den 800 Watt Peak Modulleistung. Theoretisch könnte man hier dann sogar eine Leistung von über 600 Watt erreichen. Okay, jetzt haben wir hier einen guten Überblick über die Wechselrichter. Prüfen wir doch mal die Kompatibilität zwischen den Solarmodulen und den Wechselrichtern. Ich muss zugeben, dass ich bereits bei der Auswahl der Vergleichsprodukte dubiose Angebote aussortiert habe. Deshalb habt ihr hier jetzt keine Katastrophen zu erwarten, was die Kompatibilität angeht. Was ich mir ganz gerne anschaue, ist der MPP-Spannungsbereich, den Betriebsspannungsbereich und die Modulleerlaufspannung. Die Leerlaufspannung stellt sich bei einem PV-Modul ein, wenn das Modul bestrahlt wird und keine Last angeschlossen ist. Man muss wissen, dass der Wechselrichter eine gewisse Startspannung benötigt. Vorher wird er nicht aktiv. Deshalb ist es sehr wichtig, darauf zu achten, dass die Modulleerlaufspannung größer ist als die untere Spannung des Betriebsspannungsbereichs und des MPP-Spannungsbereichs. Wenn wir einen Blick auf die Tabelle werfen, sehen wir auf einen Blick, dass die Modulleerlaufspannung immer größer ist als die untere Spannung des Betriebsspannungsbereichs bzw. MPP-Spannungsbereichs. Die Modulleerlaufspannung sollte aber auch nicht zu hoch sein. An kalten Tagen kann die Spannung des Moduls weiter ansteigen. Das kann dazu führen, dass man sogar den Betriebsspannungsbereich des Wechselrichters verlässt und im schlimmsten Fall den Wechselrichter beschädigt. Das heißt, die Modulleerlaufspannung sollte im Idealfall mittig vom Betriebsspannungsbereich liegen. So hat man Luft nach unten und nach oben. Die Spannungen aller fünf Balkonkraftwerkssets liegen hier im grünen Bereich. Man könnte auch noch die Maximalströme und andere Faktoren betrachten, aber ich denke, das würde dann die Länge des Videos sprengen. Durch die Betrachtung der Spannungen haben wir auf jeden Fall einen wichtigen Faktor berücksichtigt. Betrachten wir nun den Lieferumfang. Ist wirklich alles enthalten oder kommen hier noch weitere Kosten auf einen zu? Beginnen wir mit dem Netzstecker. Privat liefert das Set ohne Netzstecker aus. Ein Schuko-Stecker mit 5 Meter Kabellänge kostet hier 35 Euro zusätzlich. Beim Zuni Balconi L Pro ist das Kabel mit 5 Meter Länge schon inkludiert. My Voltaics bietet hier sogar zwei Kabellängen kostenlos an. Einmal 5 Meter und 10 Meter mit Schuko-Stecker. Bei Alpha Solar ist ebenfalls der Schuko-Stecker inkludiert mit 5 Meter Kabellänge. Green Solar verlangt für 5 Meter Kabellänge und Schuko-Stecker 29 Euro extra. Falls jemand keinen Schuko-Stecker möchte, sondern einen WLAN-Stecker oder einen Battery-Stecker, habe ich hier noch die Zusatzkosten aufgeführt. Befestigungsmaterial ist bei allen Sets enthalten. Bei den Ultraleichtmodulen ist es wirklich einfach, die Module zu befestigen. Hier reichen Kabelbinder, entweder Edelstahl-Kabelbinder oder UV-beständige Kabelbinder. Sehr hilfreich ist es auch, wenn ein DC-MC4-Verlängerungskabel im Set enthalten ist. Bei Privat, My Voltaics und Green Solar sind die DC-Verlängerungskabel inkludiert. Bei Zuni und Alpha Solar muss man hier einen Aufpreis zahlen. Jeder, der ein Balkon-Kraftwerk betreibt, möchte natürlich wissen, wie hoch der Ertrag ist und wie viel Strom erzeugt wird. Bei allen 5 Angeboten ist das über eine App möglich. Im Paket von Alpha Solar wird sogar noch ein WLAN-Messgerät für die Steckdose mitgeliefert. Da die Module sehr leicht sind, halten sich die Versandkosten auch in Grenzen. Privat, Zuni, My Voltaics und Green Solar verlangen hier 29 Euro. Alpha Solar verlangt hier für eine Lieferung an die Lieferadresse 59 Euro. Es gibt aber deutschlandweit sehr viele Abholstationen von Alpha Solar. Hier könnt ihr euer Balkon-Kraftwerk dann kostenlos abholen. Fassen wir in 2 Minuten nochmal die Vor- und Nachteile der einzelnen Sets zusammen. Bevor ich es vergesse, zur Transparenz, ich werde nicht von den Anbietern bezahlt. Ich bekomme lediglich eine kleine Provision, wenn ihr über meinen Link etwas einkauft. Ihr habt dadurch keinerlei Nachteile, der Preis bleibt für euch gleich. Es ist aber eine gute Möglichkeit, mich zu unterstützen. Nur so kann ich auch zukünftig für euch viele Stunden an Recherchearbeit investieren und euch die Ergebnisse kurz und knapp präsentieren. Ich danke euch jetzt schon mal ganz herzlich für euren Support. Aber jetzt lasst uns nochmal einen Blick auf die Vor- und Nachteile werfen. Privat glänzt hier mit einem Wechselrichter, der Upgrades und Updates over the air durchführen kann. Die Datenspeicherung der App erfolgt auf deutschen Servern. Das kommt ja auch nicht oft vor. Das DC-Verlängerungskabel ist inklusive und Privat bietet auch einen Anmeldeservice beim Netzbetreiber und beim Marktstammdatenregister an. Also hier habt ihr dann auch keinen Stress. Wirklich ein guter Service. Nachteile von Privat, der Wirkungsgrad der Module könnte etwas besser sein. Wer einen Schuko-Stecker möchte, muss hier noch zusätzlich ein paar Euro investieren. Der große Vorteil von Zuni ist, dass man wirklich eine steckerfertige Anlage bekommt und keine zusätzlichen Ausgaben erforderlich sind. Auch hier ist der Wirkungsgrad nicht gerade der beste. Der Wechselrichter mit seinen 10 Jahren Produktgarantie ist ja auch eher das Schlusslicht. Ein kleiner Nachteil könnte auch sein, dass die DC-Verlängerungskabel nicht inklusive sind. Sie werden nicht zwingend gebraucht, aber es hat sich schon gezeigt, dass in der Praxis DC-Verlängerungskabel gar nicht so schlecht sind. Bei MyVoltaics ist hier der Vorteil, dass der Schuko-Stecker inklusive ist und man kann sich sogar die Länge aussuchen mit 5 oder 10 Meter. Beides ist kostenlos. Negativ, der Wirkungsgrad der Module könnte hier auch besser sein. Vorteile des Alpha Solar Komplettsets. Es handelt sich hier wirklich um ein günstiges Komplettset. Die Module haben ein schönes Design, da es sich um Full Black Module handelt. Aber nicht nur die Optik, sondern auch die Leistung kann sich sehen lassen. Positiv kann man hier den guten Modulwirkungsgrad erwähnen, aber auch die hohe Modulleistung und die 126 Zellen pro Modul. Im Lieferumfang ist auch ein WLAN-Messgerät enthalten. Wer sein Balkonkraftwerk von einem der vielen Abholstationen in Deutschland abholen kann, zahlt auch keine Versandkosten. Ich persönlich sehe es als kleinen Nachteil, dass die Sunport Solarmodule nicht so bekannt sind wie die Sunman Solarmodule. Zumindest bei mir. Also das ist meine persönliche Einschätzung. Es kann auch an der Firmengeschichte liegen. Sunman zum Beispiel wurde 2000 gegründet und Sunport 2012. Das heißt jetzt nichts, aber man kann durchaus sagen, dass bei Sunman eine längere Historie vorliegt und somit ein längerer Track Record. Das heißt auf keinen Fall, dass die Module schlecht sind. Aber es ist ein Faktor, den ich persönlich auch gerne berücksichtige. Schauen wir uns noch die Vorteile von Green Solar an. Die Module bieten hier wirklich einen sehr hohen Wirkungsgrad und den höchsten im Vergleich. Ebenso die Modulleistung von 800 Watt. Das Set enthält vier Module. Das bietet auch sehr viel Spielraum bei der Ausrichtung der Module. Wer einen Schuko-Stecker möchte, muss hier ein paar Euro mehr einplanen. Auch hier muss man sich bei den Solarmodulen auf die Angaben im Datenblatt verlassen. Wenn ihr schon Erfahrungen sammeln konntet zu Balkonkraftwerken, dann schreibt es doch gerne mal in die Kommentare. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Das Video ist jetzt doch länger geworden als eigentlich geplant, aber ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao, ciao!